Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard1210. Ihr seid in einem LevisCard-Video und ich habe mal Strider reingelegt. Das ist ein Remake eines Klassikers und ich hatte mir das Spiel ja in so einem Humble Bundle für einen Dollar geholt. Und für einen Dollar, Freunde, ist das Spiel hammergeil. Ist natürlich viel mehr wert als einen Dollar, aber halt, ihr kennt Humble Bundle, ne? So, machen wir Einzelspieler, machen wir ein neues Spiel. Ich glaube, das Game gab es damals für den Mega Drive. Und wenn ich mich nicht irre, ihr könnt mich ja gerne korrigieren in den Kommentaren. So, machen wir ein neues Spiel. Machen wir leicht, Freunde. Denn, ihr kennt es, der Vorführeffekt. Für uns ist es wichtig, dass wir das Spiel sehen und nicht den Skill von Levis. Schauen wir uns mal das Intro an, das sehr vielversprechend aussieht. Und so fängt unser Abenteuer an. Richtig ein cooler. Eliminiere Großmeister B, nein, Großmeister Maiz. Boah, wir schnitzeln hier mal die Leute. Machen wir Schnitzel raus. Ah, das ist schon geil aus der Grafik. Gibt es übrigens auch für die Playstation 3. Das hätte ich mir auch aussuchen können. Aber warum die Playstation 3-Version nehmen, wenn man die Playstation 4-Version auch angeboten bekommt in diesem Bundle. Jetzt müssen wir runter. Jetzt mal diese Leute hier. Da läuft was, Freunde. Kann man da durch in diesem Schacht, oder wie? Oh. Oh. Ah. Ich bin in der Falle. Oh, 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 oh. Nein. Und Speicherstand. Rutschangriff. Jetzt können wir nicht da reinrutschen, denke ich mal. Ah, zum Rutschen. Warte mal. So, zack. Geringe durch das... Und die Grafik sieht echt geil aus. Hallo, mein Freund. Nein. Hat so ein bisschen Cell-Shading-Look. Aber ist kein Cell-Shading, glaube ich. Nein. Neue Konzept-Grafik eingeschaltet. Kann man hier hoch den Leiter? Das ist ein Leiter. Ah, hier. Nicht vergessen, diese Dinger hier oben. Das ist, glaube ich, Energie. Weil ich das verstanden habe. Okay. So, Sesam, öffne dich. Weiter geht's. Wir sind fast am Ziel. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Da werden die Leute in zwei geschnitten. Was? Hier ist noch nichts. Warum willst du da... Na gut. Nee, das ist der falsche Weg. Wir müssen zurück. Nee, das ist auch der falsche Weg. Wir müssen aber irgendwo hoch, glaube ich. Genau. So, jetzt geht's weiter. Schneller hoch, schneller hoch. Nein, game over. Ey, sag mir jetzt nicht, dass ich von vorne beginnen soll. Ah, scheiße. Nee, von hier. Okay, Gott sei Dank. Okay. Er klettert wie so ein Kletteraffe. Wo, 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 wo. Was willst du, mein Freund? Let's begin hier von Proben. So, wir sind fast am Ziel, glaube ich. Oh. Wittjas eins. Und jetzt kommt's Mario-Elite-Trupp. Ein Endkick, ne? Oh, da muss ich ein bisschen vorlieg sein. Nein. Nein. Oh. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht von vorne beginnen soll. Nein, doch. Ja, ich denke, es reicht jetzt für ein Level-Sold-Video, Freunde. Ich kann natürlich weitermachen und... Aber das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf Strider. Ist ein richtig cooles Spiel. Auch wenn es bei leichter Stufe nicht so einfach ist, wie ich gedacht habe. Aber ich kann es euch nur empfehlen, Freunde. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye.